heute wie hier sehen könnt ihr wieder 1 12 die feuerwehr simulation 2 wir haben in der letzten folge natürlich auch schon wieder einen einsatz gemacht der war auch recht erfolgreich kann man sagen da dieses spiel mal keine faxen gemacht weil wir gucken einfach mal ob es jetzt auch wieder funktioniert wenn wir hier mal einen einsatz starten achtung brandschutz containerbrand einsatz für tlf 1 lippenstraße ok 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 dann rennen wir da mal hin so wir müssen nach rechts leitstelle mülheim 1 tlf 4001 kommen so fahren wir mal zum einsatz jetzt hier leitstelle mülheim kommen so nach rechts müssen wir morgen kommen unklare schadensmeldung sie werden eingewiesen kommen ok verstanden ende so wir sind jetzt hier in der leipziger straße steuerung jetzt ist er wieder da so so ok 50 dürfen wir fahren 50 sollten wir fahren oder dürfen natürlich schnell so 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 was wir jetzt erst mal machen müssen ist einmal absitzen und einer ortsbegebung machen und umgebungslicht anwachen so steigen wir jetzt hier mal aus öffne geräte machen wir doch liebend gern soll jetzt müssen wir erst mal alles öffnen dann können wir auch anfangen erst mal alles zu geben eigentlich würde das ja alles sehr schnell gehen aber ja egal der eine macht jetzt ortsbegehungen soweit ich weiß oder ja so jetzt hat sich die zweite natürlich auch entzündet aber so ok ortsbegehungen egal so technische hilfe leistung ist nix verkehrsunfall ist es auch nicht schutzbereit stellen keine ahnung warum das angezeigt wird wir müssen ein löschwasser abgang will der blöde dings hier löschangriff uhr war der schauer schnell angriffsvorrichtung ich weiß nicht was das sein soll so wo sind der kollege hier nein nicht schließen man an die scheiße jetzt mal geöffnet werden danke das ist mir zu blöd mach doch selber so ja jetzt brennt hier noch mehr alles anbekämpfung schnell angriffsvorricht vorricht 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 ja gut weitere lagemeldung ich weiß nicht so ob das mit einem ob das mit einem nicht ab ist falsch warte mal die Pulverlöschung So, jetzt funktioniert es besser, so, schön alles gelöschen. So, ich glaube, das war es, ne? Ja, das war es. So, okay, Brandbekämpfung, fertig, Blutnester suchen müssen wir jetzt. So. So. So, das macht der andere Kollege hier. So. 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 Ne, hier ist keins. Null Grad. Keins mehr zu sicher. Kein Google-S-Gefund, alles klar hier. So. Jetzt bin ich eigentlich fertig, aber das Spiel will irgendwie noch, dass ich hier was mache. So, deswegen mache ich das hier nochmal kurz. So. In mir. Okay. So. So. Ey! Öffnen, so. Perfekt, jetzt müssen wir hier noch ein paar Teile. So. Verbinden. Und aufverbinden, so. Okay. Und ich kann immer noch nichts zusammenpacken. Perfekt. Zusammenpacken. So. Aha, endlich. Jetzt kann ich zusammenpacken. So. So. Lege Bishop ab. Ja. So. Aufrollen. So. Ich nutze Pumpe. So. So. Dann freuen wir das hier mal alles wieder weg. So. Trennen. Mal. Gießen. Gießen. So. Dann packen wir alles hier wieder zurück. Und dann haben wir auch den Einsatz hier endlich mal fertig gemacht. Setzt sich tausend Jahre. So. So. Jetzt noch mal den Feuerlöscher. Mal. 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 der ist doch da oben, wieso macht der das nicht zu? Was ist denn das für ein Müll? Kann man nur so holen? Also dieses Spiel, das ist ja entwickelt von einem Zweijährigen. Fliesen, so. 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 Und einmal abrücken. Fertig sind wir jetzt. Ab nach Hause, würde ich sagen. Okay, Leute, da bin ich wieder. So, wir haben jetzt die Einsatzfahrt erfolgreich beendet. Also wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abonnenten, ein Kommentar da. Schaut aus den Dingen gerne auf meinem Discord selber vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ja, also schaut da einfach gerne mal vorbei, würde mich sehr freuen und supporten. Ich würde sagen, das war's mit dem Video. Haut rein. Bei erstens doch. Ciao, ciao.